Ein Vogel, eine Minute. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und ich beobachte Vögel, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Heute möchte ich deshalb in 60 Sekunden den Grünfinken erklären. Starten wir direkt los. Der 14 bis 16 cm große Vogel erreicht etwa die Größe eines Buchfinken, seine Gefiederfärbung ist jedoch völlig anders ausgeprägt. Die Männchen sind gelbgrün gefärbt, ihr Rücken ist moosgrün. Die Weibchen sind eher schlichter graugrün gefärbt, bei ihnen ist auch das Gelb im Schwanz weniger ausgeprägt. Wie man unschwer an ihrem Schnabel erkennen kann, sind Grünfinken vor allem Körner und Sämereienfresser und sind daher ganzjährig auch am Futterhaus zu beobachten. Dort ist der Grünfink relativ dominant und vertreibt gerne auch mal kleinere, nicht so dominante Singvögel. Grünfinken brüten an Waldrändern in Parks und Gärten, wenn genügend dichte Hecken für die Brut zur Verfügung stehen. Ihr Gesang besteht aus zwei Varianten. Zum einen ein krächzender, unmusikalischer Gesang, zum anderen ein Kanarienvogelartiger Gesang aus Trillern, Zwitschern und auch Pfeiftönen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, das war es schon wieder über den Grünfinken. Im nächsten Monat erzähle ich Ihnen mehr über die Kohlmeise. Bis dahin!